Guten Morgen, meine Lieben. Schaut mal, wie ich heute aufgewacht bin. Mein linker Auge tut so brutal weh. Es sticht da drin. Ich konnte heute früh meine Augen nicht aufmachen, weil es gestochen hat und es sticht immer noch. Ich kann sie kaum offen halten. Jedes Mal, wenn ich zwinkere, sticht es, es tränen. Und ich bin dann in die Apotheke gefahren und sie hat gesagt, sie kann da nichts geben, nur was Beruhigendes. Ich soll zum Augenarzt gehen, wenn es schon schlimm wird. Das heißt, Augenklinik, weil heute ist ja Sonntag. Und dann bin ich gleich zum Bäcker, der ist nebendran, neben der Apotheke gewesen, Notfallapotheke und habe mal was zum Frühstück. Aber ich weiß nicht, was da drin ist. Ein Grießkorn oder der Eingewachsenen ist da drin. Keine Ahnung. Das heißt, ich muss heute, glaube ich, so im Block rumlaufen. Jetzt schauen wir mal, ob sie es im Laufe des Tages verbessert. Jetzt gibt es die dritte Tasse Kaffee schon. Ohne Kaffee kann ich in der Früh nicht arbeiten. Es ist halb zehn, Sonntag in der Früh, aber wir müssen arbeiten. Auch sonntags. Ich habe nämlich jetzt die Gewinner ausgelost auf Family Fun und Robert macht zu oben. Und los die noch aus und ja, das muss alles gemacht werden. Weil bis mittags um zwölf wird der Gewinner immer bekannt gegeben. Und ich möchte nicht, dass ihr immer so lange drauf wagtet. Dann mache ich das gleich in der Früh weg. Und jetzt muss ich noch das Verlosungsvideo für Family Fun schneiden. Also eineinhalb bis zwei Stunden Arbeit habe ich noch vor mir. Ich mache jetzt den 17. auf. Hey, was ist das? Nein, ein Schilder, mir leid. Ohne, Geschenkeanhänger. Ja, Geschenkeanhänger. Von, für. Toll. Kannst du deine Weihnachtsgeschenke hinmachen? Ja, Papa, schau mal, ich kann mir nur Weihnachtsgeschenke. Ich bringe noch den vierten Adventskalender. Mama's Adventskalender. Ja, wo ist der? Ja. Ein. Eine weiße Wimpeintusche. Nein, Maus. Das ist für die Augenbrauen. Um die Augenbrauen besser zu sein. Ja, 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 ja. Das steht da drin. Ui, ja, was ist das? Das ist ein Duft. Ich weiß aber nicht, wie man den ausspricht. An der Jacke steht da drauf. Ich kenne diesen Duft noch gar nicht. Da ist der 17. Wieder Ohrringe. Ja, aber die perlen diesmal. Ja, perlen. Ist doch schön. Ich muss mich jetzt entscheiden, dass ich es bei Weihnachten für Ohrringe nehme. Wie du es schaffst, dich zurückzuziehen, wenn wir Zoff haben und nicht redet, ist. Ich würde platzen. Das ist wirklich sensationell. Ja, ist so. Das bewundere ich an dir einfach. Und ich muss dir die Wahrheit reinschreiben. Ja, wenn es aber so weit ist, dann regt es dich auf. Ja, aber das ist jetzt nicht im positiven Sinne gemeint, dass du es gut machst, aber das ist einfach von mir so eine Bewunderung. Wie kann man so sein einfach? Das könnte ich nie, würde platzen. Ja, kann ich ja. Heute verlassen wir zwei Bluetooth-Speaker von JBL im coolen Camouflage-Design. Zwei Gewinner wird es geben. Was müsst ihr tun? Nicht viel. Wie immer. Kommentiert bitte unser Video. Ich will gewinnen. Ich will einen der Lautsprecher oder irgendwie sowas, dass wir wissen, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Und dann gibt es zum Schluss zwei glückliche Gewinner. Die gebt man morgen bis 12 Uhr bekannt. Schaut bitte nochmal in das Video rein. Was müsst ihr sonst tun? Bewertet bitte unser Video und ihr müsst Abonnent sein. Dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Viel Glück. Und jetzt gebe ich zu meinem Schatz weiter. Habe ich vergessen. Diese Speaker sind auch noch gleichzeitig eine Powerbank. Also meine Lieben, ich glaube, wir müssen den Vlog heute abbrechen. Mein Auge tut brutal weh. Ich weiß nicht. Habe ich es irgendwie verletzt? Ich weiß, es ist über Nacht gekommen. Ich habe es ja am Anfang schon erzählt. Das dreht die ganze Zeit. Ich habe mir was geholt. Aber das tut so weh. Das sticht. Und ich habe mir gedacht, so kann ich keinen Vlog heute drehen. Ich wollte heute eigentlich dekorieren, aber mit dem Auge nein. Der Robert hat heute ein längeres Video zu schneiden für Kiras Kanal. Der macht es oben. Der braucht auch zwei, drei Stunden. Und Milei bekommt jetzt Besuch von ihrer Freundin. Er kann sie spielen. Und ich muss schauen, dass ich mein Auge auf Vordermann bringe irgendwie. Also rot ist es nicht. Es war in der Früh rot. Jetzt ist es zwar besser geworden, aber es sticht da oben. Sticht irgendwas. Und ich weiß nicht was. Ich hoffe, ihr habt das Verständnis. Verlosung haben wir gemacht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und entschuldigt uns bitte. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.